Der Meister und Margarita erzählt drei Geschichten. Erst einmal die Geschichte des Meisters, der einen Roman schreibt und von Margarita, die ihn liebt. Der Roman wird von den Kritikern aufs Bitterste angegriffen, worauf der Meister wahnsinnig wird und Margarita verlässt, um in eine Nervenklinik zu gehen. Dort trifft er den Lyriker Bessdomny, der den Teufel gesehen hat, und nimmt ihn zum Schüler. Diese Ebene tritt allerdings bald in den Hintergrund. Irgendwann stirbt der Meister in der Klinik, aber was heißt das schon? Die zweite Ebene ist der Roman von Jesus und Pilatus, den der Meister schreibt. Er ist in der Buchvorlage sehr viel ausführlicher als im Theaterstück. Der hohe Priester Kaiphas bezahlt Judas 30 Silberlinge, damit dieser Jesus an Pilatus verrät. Pilatus lässt Jesus widerwillig kreuzigen, dann lässt er Judas ermorden und die 30 Silberlinge bei Kaiphas an einem Fest über die Mauer werfen, um ihn zu demütigen. Schließlich lässt er das Gerücht verbreiten, Judas hätte sich selbst umgebracht. Pilatus bereut am Ende, dass er zu feige war, Jesus am Leben zu lassen. Die dritte Ebene ist die Teufelsgeschichte. Der Teufel, genannt Wohland, kommt nach Moskau und gaukelt den Bürgern das vor, was sie erstreben. Geld, schöne Kleider, die Antwort, ob Jesus gelebt hat. Die Bürger landen im Irrenhaus, die Literaturkritiker Berlio und Latunski sterben. Hier verbinden sich die Ebenen. Was der Teufel von Jesus erzählt, ist genau das, was der Meister in seinem Roman schreibt. Margarita nimmt eine zentrale Rolle in der Teufelsgeschichte ein und bekommt dafür ein Happy End. Sie bekommt den Meister zurück und ein Haus, in dem er seine Ruhe hat und sie mit ihm glücklich sein kann. Was sind die zentralen Motive? Zunächst einmal ist Meister und Margarita eine Anlehnung an Goethes Faust. Es gibt ein zerrissenes Genie, eine moralische junge Frau namens Greta und den Teufel, der die Frau in seine Pläne hineinzieht. Beide Stücke sind revueartig mit tumultigen Versatzstücken, welche die moralischen Konzepte illustrieren. Teile der Handlung lassen sich als Satire verstehen auf die Zustände des Moskauer Literaturbetriebs, die Bürokratie, die Wohnungsnot, die Gesellschaft, die Zensur. Andere Teile kann man als etwas antiquierten Schwank verstehen. Die aufopfernde Frau zieht den genialen Mann aus seinem Elend, dumme und gierige Leute leiden an ihrer Torheit und in der Buchvorlage gibt es alle paar Seiten eine nackte Frau. Die angebotene Moral des Stückes ist Das Zitat wird Jesus in den Mund gelegt und an den Figuren gezeigt. Pilatus ist feige, leidet dafür und verflucht jetzt seine Feigheit. Jesus und Margarita sind eigentlich nie feige, komme was da wolle. Der Meister ist zerrissen und überwindet seine Feigheit schließlich dank Margarita. Dann gibt es Parallelen in den Geschichten. Der Lyriker bis Domni ist der einzige Schüler des Meisters, Matthäus ist der einzige Schüler von Jesus. Die Moralthemen kommen auch immer wieder vor, ebenso bestimmte Redewendungen. Wie soll man das Stück verstehen? Für mich persönlich der interessanteste Zugang ist die Frage, wessen Geschichte oder Wahnfantasie hier erzählt wird. Ich stelle vier Lesarten vor. Die Buchvorlage argumentiert im Epilog, dass alles scheinbar Übersinnliche hervorgerufen wurde von einer Bande von Bühnenhypnotiseuren und Bauchrednern, die wir als Gefolge des Teufels sehen. Sie tut das allerdings absichtlich mit wenig Überzeugungskraft. Der Lyriker bis Domni ist der erste, welcher den Teufel und Pilatus sieht. Der Roman könnte also seine Wahnfantasie sein. Er kommt in die Klinik und stellt sich dort vor, dass sein Nachbar, der Meister, ob er nun existiert oder nicht, seine Wahnvorstellungen bestätigt und ausweitet. Es wäre auch eine tolle Geschichte für Margherita. Sie wird verlassen und stellt sich in ihrer unglücklichen Existenz nun vor, dass sie für ihren Geliebten durch die Hölle geht, zur Königin erhoben wird und am Ende vom Teufel Erlösung bewirkt für die unglückliche Frieda, für Pontius Pilatus und natürlich für den Meister. Oder es ist die Fantasie des Meisters. Die Kritiker, die seinen Roman verachten, werden vom Teufel verspottet und ermordet. Sein Roman ist die von Jesus gelesene und vom Teufel bestätigte Wahrheit. Die Frau, die er verlassen und ins Elend gestürzt hat, geht für ihn durch die Hölle und handelt mit dem Teufel seine ewige Ruhe aus, über die sie wacht. In erster Linie ist der Meister und Margherita aber großes und reiches Spektakel und im Grunde kann man sich auch einfach das herausnehmen, was einem gefällt oder wichtig erscheint.